Nächste Gegner auf der Matte 3. Wir sehen den Kampf in der Kategorie 84 kg. Kampfen auf 65. Rote Kampfleidung. Lukas Gierkla aus Pobel. Triff auf Xite, Italien, Frankreich. Next out on Matte number 3 on the black dress. Lukas Gierkla aus Pobel. And on the blue dress side, Italien, Frankreich. Auf der Matte 2-1-Sieger. Tala Reaction aus Kyrgyzstan. Winnerment 2. Tala Reaction aus Kyrgyzstan. Nächster Card auf der Matte 3. Lausende Nummer 66. Yin-Wang aus China gegen Sia Hai Borshanka aus Weißrussland. Nächster Card auf der Matte 2. Yin-Wang aus China gegen Sia Hai Borshanka aus Belarus. Firma Aus Kyrgyzstan. Kyle, go afternen! Watform kritisch! Asất diejer, ger道en! Sia Baia, ger道en! Nächster Card auf der Masse Hau, Nächster! Pobel, Kamier! Nächster kamste der Mann jemand version 3. Gier particiert. Wann kommt?" Mirchina Lugasch Polen, das ist der 2. Rauf von Mirchina Lugasch Polen. Auf Mata 1 gibt es einen Sieger der Mann in den Lauf, Soslan Gaciev aus Weißrussland. Wir haben einen Soslan Gaciev, Belarus. Damit die nächste Begegnung auf der Matte. Wir haben einen Soslan Gaciev gegen Spalnaurus Tedresov, Aserbaidschan. Wir haben einen Soslan Gaciev gegen Spalnaurus Tedresov, Aserbaidschan. Wir haben einen Soslan Gaciev. 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 Wir sind in den Bericht. Eine tolle und packende erste Runde aus der Amatte 3. Ja, das war ein klassischer Kopffeier, wo man hier drei Runde für die Kahnfahrer umbringt und so wird die Runde sicherlich entscheidend. Auf der Amatte 4 im rhein-deutsch-deutschen Blatt in die Kahnfahrer.